Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs 2. Wir sind wieder zurück in unserem wunderschönen Hackers Base. Und ja, ich muss gleich mal wieder ein paar Kleinigkeiten ansprechen, denn es kamen ja jetzt die letzten Tage keine Videos. Aber ich würde sagen, zuallererst mal setzen wir uns in den Wegpunkt für die nächste Mission. Denn wir wollen ja jetzt hier keine Zeit verlieren. Der letzte Dollar, ich würde sagen, das machen wir mal fertig. Ich teste den Exploit an C2S Automaten, habe ich ja beim letzten Mal aufgehört. So, und dann kann ich ja gleich mal anfangen zu erzählen. Ja, es kamen ja die letzten Tage keine Videos. Das Ganze hatte den ganz einfachen Grund, dass ich einfach keine Lust hatte, da wieder ein paar sehr tolle Sachen passiert sind. Und zwar habe ich mal wieder aufgenommen und mal wieder hat Watch Dogs 2 so gemeint, ja, jetzt hast du einen abgeschossen. Ich freeze jetzt erstmal komplett und schieße das ganze System ab. Also, mein Betriebssystem ist wieder abgestürzt, die Aufnahme war wieder völlig im Arsch. Und das war diesmal auch eine 4-Stunden-Aufnahme, weil ich habe halt jetzt hier angefangen, ne, mit diesem Status hier. Und ich war eigentlich schon so fast am Ende von der Ding. Das heißt, ich kenne auch jetzt halt all das, was passiert. Und wir bestellen uns mal unser Auto, bevor ich jetzt hier einen langen Nachmittag im Auto rumsuche. Moment, unser Baumsteiger bestellen. Da haben wir ne... So, zack, da können wir gleich losfahren. Muss ich wieder natürlich die Kopfhörer runterstellen. Hallo, steigst du bitte ein? Ah, naja, ich muss natürlich E drücken hier. Das kommt davon, wenn man zwischendurch GTA spielt, da drückt man natürlich F zum Einsteigen. Ja, auf jeden Fall, die Aufnahme ist halt wieder kaputt gegangen. Ich habe zwar zwischendrin die Aufnahme beendet. Bloß das Blöde war, ich habe natürlich den Spielstand nicht kopiert, sondern habe einfach nur die Aufnahme beendet. Das heißt, die Aufnahmen waren da. Bloß ich konnte nicht mehr vom Status, wo ich zuletzt beendet habe, weitermachen. Das heißt, ich konnte jetzt nochmal alles neu machen. Das ist, äh, ja, das war ziemlich blöd von mir. Ja, und ich habe die Ausfahrt verpasst übrigens. Muss ich mal kurz wenden, ne? Ich bin in die Situation hier gerade. Aber wir haben es gemeistert. Ja, ich hatte dann ja noch zwei Videos auf Lager. Und dann habe ich noch irgendwie Probleme mit meinem Rentaprogramm gehabt. Das hat sich ja nicht aufgehangen, wenn ich die Datei geöffnet habe. Das musste ich dann neu installieren und boah. Allein schon das, dass wieder so eine vier Stundenaufnahme einfach im Arsch ist, das hat mich schon wieder so angekotzt. Das hat mich jetzt einfach keinen Lust da irgendwie Videos zu machen oder neu aufzunehmen. Also, ja, ich war da einfach nicht motiviert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich, ich sage das so oft, ja, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass, ehrlich gesagt, das ist, äh, ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich mache das eigentlich völlig unbeabsichtigt. Ich, äh, keine Ahnung. Aber gut, jetzt bin ich ja wieder da. Wir nehmen heute auf. Diesmal weiß ich es ja. Diesmal werde ich so vielleicht nach zwei Stunden wieder, oder nach einer Stunde, den Cut machen. Oh, wir müssen hier wieder auf die ganze andere Seite, hätte ich das gewusst. Ich hätte mir eine Schnellreise gemacht, aber das konnte ich wenigstens hier erzählen. Könnte ich hier mal ein bisschen Schubrakete geben. So, ist aber auch gleich da. Das wollte ich halt mal ansprechen. Weil, ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich keine Lust habe, irgendwas zu machen, dann mache ich auch nichts, weil ich zwinge mich nicht dazu, irgendwas zu machen. Dann bin ich noch mehr abgefuckt und dann habe ich erst recht keine Lust. Und aufnehmen, wenn ich keine Lust auf irgendein Spiel habe oder sowas, dann nehme ich auch nicht auf. Also, das ist ja sowieso klar, weil wenn ich dann hier sitze und so, ja, herzlich willkommen zu Watch Dogs 2. Äh, oh, nee, ja, ne. Wenn ich mich dann wegen jeder Kleinigkeit aufrege, das, ähm, wollt ihr ja dann auch nicht. Apropos aufregen, in der letzten Aufnahme, da gab es einen richtig fetten Ausraster von mir. Ja, ja, alles klar. Ich habe gerade fett gehüppelt. Da gab es einen richtig fetten Ausraster von mir, weil ich, äh, ja. Das war irgendwas, ich weiß auch nicht. Ich wollte auf die Waffe wechseln, aber irgendwie hat die Waffe nicht gewechselt, sondern hat einfach gar nichts gemacht. Und ich bin dann gestorben, weil er die Waffe nicht gewechselt hat. So, da hinten ist unser Zugangspunkt. Da brauchen wir natürlich eine Hebebühne. Und es ist ja mit diesen Hebebühnen immer so eine Sache. Jetzt bin ich rumgefahren. Da habe ich eine gefunden und dann stand hier irgendwie so eine, aber irgendwie steht hier keine, oder? Da steht eine. Da steht eine. Guck mal, hier ganz versteckt. Also es lohnt sich schon, wenn man wirklich schon mal gespielt hat und genau weiß, wo die Sachen sind. Wollt ja, also, wollt ja eigentlich Klein spielen. Aber das hat sich ja dann erledigt. So. Gut, ich hätte ja eigentlich auch nochmal nachspielen können. Das wäre natürlich auch gegangen. Das Save Game. Aber das wollte ich dann eigentlich auch nicht. Deswegen. So. Einmal hier rüber und dann... Hallo? Hier ran in unseren... in unseren Kasten. Dann gucken wir mal, wer heute unsere werte Kundschaft ist. Mann, Markus, spielst du wieder? Fick die Bank? Das geht immer. Oh, wer kommt denn da? Willkommen bei Blooms neuem CDOS-fähigen Bankautomaten. Bitte warten. Ihre Identität wird bestätigt. Klar, scheiß Kapitalisten. Scannt mich ruhig. Willkommen, Mr. Suarez. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Was können wir noch machen? Geld auszahlen. Und... Geld abbuchen. Erzlichen Glückwunsch, Mr. Suarez. Ihnen wurde ein 200-Dollar-Bonus gutgeschrieben. Klar. Ich nehme euer Blutgeld. Eine Bearbeitungsgebühr wurde von Ihrem Konto abgebucht, Mr. Suarez. 200 Mäuse, wofür denn das? Scheiß Banker. Saugen weiter den kleinen Mann aus. Konto löschen. Aktien gut schreiben. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Portfolio wurde um 5000 Nudel-Aktien erhöht. Nudel? Ich habe gar keinen. Äh, wie viele Aktien waren das jetzt? 5000. Okay. Der geht einfach wieder. So, ja, wunderschön. Jetzt wollte ich schon sagen, der springt hier wieder oder klatscht hier gleich jetzt wieder runter. So, dann können wir uns gleich die nächste Stelle markieren. Wo müssen wir denn da hin? Ah, hier rüber. So, ja, wir werden jetzt auf jeden Fall die Nebenmissionen hier noch fertig machen. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns voller Freude in die, uh, in die, äh, letzten Missionen, in die Finalen. Ich habe nämlich mal so ein bisschen nachgeguckt. Und das sind nämlich tatsächlich die finalen Missionen. Ich dachte, da würde jetzt wieder so eine komische Text-Ding aufgehen. So. Okay. Dann brauchen wir wieder unser Fahrzeug. Ja, das machen wir ja gerade. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b, Auto auf Abruf. Dann wollen wir mal unser Ding hier nehmen. Können wir ja mal wieder machen. Auch wenn das wirklich sehr, sehr laut ist, muss ich sagen. Es wurde ja auch übrigens ein Ding, äh, jetzt reingepatcht. Jetzt geh doch mal da weg und lass mich vorbei, Mann. Unhöflicher Autofahrer hier. Es wurde ja ein, ähm, Ding reingepatcht. Ein. Äh, äh, na wie heißt es, ein Regler, um die, äh, Lautstärke runterzuregeln von der Musik. Aber, den finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Ich hätte mir lieber einen gewünscht, um die Lautstärke von den Autos hier mal runterzustellen. Weil die Musik-Lautstärke ist nicht das Problem, die Lautstärke von dem Auto hier ist das Problem. Da, da hab ich mir gedacht, ja, das ist schon ein bisschen unnötig, was ihr jetzt da gemacht habt. Also Ubisoft, falls ihr das hier seht, fetscht doch mal bitte ein Ding rein. Oder macht's so wie in Watch Dogs 1. Ne, 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 ein Regler für Gesamtlautstärke, für Soundmusik, also für Songmusik, für das, was in den Radius läuft, für die Ingame-Musik und für Geräuschlautstärke, also Soundeffekte, wie jetzt zum Beispiel in den Autos. Das wäre wirklich super, wenn ihr das machen würdet. Ich glaub zwar nicht dran, dass das hier ein Ubisoft-Mitarbeiter sieht, aber wer weiß, vielleicht geschehen ja noch Wunder. Ja, ich glaub zwar nicht so wirklich dran, aber egal. Versuch, es ist wert. Gut, schön. Ach, du liebe Zeit, da muss man hier wieder hinfahren. Da hätte ich eine Schnellreise gemacht. Weil hier dead-sack, dead-sack überall drauf. Wenn wir jetzt an der Polizei vorbeifahren, müssen wir eigentlich instant Fahndung bekommen. Eieieiei. Ist doch weiter, als ich gedacht hab, ne? Ich dachte, da können wir jetzt mal so ganz schnell hinfahren, aber ist doch ein Stückchen. Aber kein Problem, wir sind ja klappen. Mary. Der Mary. Gerade wollte ich sagen, bis jetzt haben wir noch gar keinen Unfall gebaut. Und da ist es schon passiert. Oh. Okay. So. Dann, wo müssen wir hin? Ach, da müssen wir hin. Da kommen wir aber jetzt easy hoch, oder? Kommen wir da hoch? Natürlich. Hier, guck mal, wir klettern hier einfach auf die Müllsäcke und dann ist das hier ganz einfach. So, wer beehrt uns denn heute? Okay. Spielen wir mal wieder Geist im Bankautomaten. Carol, woher sollten die wissen, dass sie aus dem Laden sind? Ich backe doch so gut. Carol. Sorry, ja, ich bin in der Bank. Sie glauben, das hilft. Carol, er hat sich den Finger ausgerenkt. Ich sage nur, die Aufsicht ist nicht ausreichend, mehr nicht. Willkommen, Mrs. Kwan. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Und wenn du was für den Kuchenbazar für die Sportausrüstung bäckst? Nicht du, Carol, sorry. So sind sie nun mal, Carol. Sie beschmiert sich die Finger unter die Haare. Was erwartest du? Und lass die Schlampe doch denken, was sie will. Ja. Ich weiß. Ist irgendwie cool, oder? Ich werde keinen Ton sagen. Herzlichen Glückwunsch, Mrs. Kwan. Die Einzahlung von 200 Dollar auf ihr Konto ist bestätigt. Was? Ich habe gar nichts eingezahlt. Carol, dieses Ding hat mir 200 Dollar geschenkt. Ja, komm, wir bringen mal ein bisschen Geld unter die Leute. Hopp. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Als unser tausendster Kunde gewinnen Sie 1000 Dollar im Bau. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Carol, das Ding hat mir 1000 Mäuse geschenkt. Was soll ich? Nein. Ah, ah. Das Geld ist für mich. Nur für mich, Carol. Sorry, ich muss jetzt los. Ich muss mich dringend um einen Babysitter kümmern. Ja, wahre Freunde. Da sind sie mal wieder. Alles nur für mich. Ja, nicht das Geld parteilen oder so. So, aber wir teilen ja unser Geld auch nicht. Also kann man schon verstehen, dass man sich da mal was gönnt. Oh, was sehe ich denn da? Da ist eine... Ist ja irgendwas auf der Karte. Muss aufpassen, wo ich hingehe. Kein Problem, alles gut. Ja, ja, hier ist alles so ein bisschen hier Baustelle und so, ne? Hier soll es so ein bisschen Baustelle. So, hier haben wir eine kleine Lackierung. Ich tue gerade so, als würde ich nicht wissen, was hier so abgeht. Aber dabei weiß ich natürlich ganz genau, was abgeht. Ich habe ja schon gesagt, ich habe das hier schon gespielt. Wow. Wow. Ja, alles klar. So, mitnehmen. Jumper-Lackierung freigeschalten. Ja, kann man machen übrigens, wenn man dem Ding ins Wasser jumpt. Kann man es immer noch ganz schnell zurückrufen, ohne dass es kaputt geht. Okay, gut, schön. Es fängt an zu regnen. Finde ich jetzt nicht so geil. Meine Schuld. Vor allem, weil wir im Cabrio da sind. Aber unser Cabrio ist irgendwie weg. Ja, gehen wir halt. Unsere Autos verschwinden einfach so, ohne Grund. Aber okay, ja, den VW-Käfer nehmen wir natürlich nicht. Wir nehmen natürlich, guck mal, da vorne ist doch ein Autohaus. Den haben wir eigentlich auf der hohen Kante, 166.000. Naja, dafür können wir kein gutes Auto kaufen, aber... Ja, nee, wir klauen auch kein Auto. Nee, nee, jetzt habe ich gesagt, so, wir klauen jetzt einfach mal Spaßeshalber ein Auto, aber machen wir mal nicht. Machen wir mal nicht. Wir holen wieder unseren Baumsteiger. Gut. Holen wir unser Auto. Ach, guck mal, da wäre sogar eins gewesen. Naja. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Jetzt kann es auch sein, dass ich das Ding völlig für umsonst geholt habe. Was ist das hier? Eben Operation auf die gute alte Art. Ach, guck mal, hier drüben. Ja, da fahren wir jetzt aber nicht hin. Dann machen wir eine Schnellreise. Aber es ist jetzt völlig unnötig, dass ich das Auto geholt habe, aber scheiß drauf. So, Coffee Shop. Schnellreise. 18 Minuten, oder? Erste Folge schon wieder rum. Wir haben gerade mal so zwei Bankautomaten hier gemacht. Das glaube ich nicht. Also es ist schon ein bisschen zeitaufwendig. Muss ich zugeben. Aber es ist auch ganz neckisch. Hehehehe. Ich mag es, die Polizei zu hacken. Ich finde es so lustig. Das beste Feature an dem ganzen Spiel. Oh. Alter Schwede. Oh, wir machen hier richtig Jumping heute. Yeah. So, hier kommen wir auch ganz easy hoch. Zzt. Ich kriege nicht genug für den Geldautomathacks, und du? Nein. Ich auch nicht. So, wer kommt denn da rein? Franklin. Schatz, ich bin zu Hause. Ja, Franklin. Wie geht's? Wo ist Michael? Bitte warten, Ihre Identität wird bestätigt. Bestätigt? Wieso bestätigt? Hast du kein Fernsehen? Nein, der Bankautomat hat kein Fernsehen. Okay, jetzt hast du mich erkannt. Na los, her mit den Scheinchen, Baby. Nein. Danke für die großzügige Spende, Mr. Franklin. Spende? Welche Spende? Egal. Soll sich mein Agent drum kümmern. Für sowas habe ich echt keine Zeit. Okay, Konto leeren ist doch ein bisschen böse. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Franklin. Sie haben einen Bonus von 200 Dollar erhalten. Ah, wofür? Weil ich so klasse aussehe? Ha, okay. Okay, jetzt wird dir direkt nochmal Geld abgezogen. Ja, lass es regnen nicht. Konto leeren will ich jetzt auch nicht. Ich würde mir auch 200 Mäuse geben. Okay. Ihr Kontostand beträgt 0. Schönen Tag noch. Mein Kontostand beträgt was? Ich prüfe. Ihr Kontostand beträgt 0. Mein Konto ist auf 0? Oh, sehr witzig. Hast du überhaupt eine Ahnung, wer ich bin? Nö, ich bin eine Maschine und mir ist das scheißegal. So. Der war mir zu blöd. Jetzt habe ich sein Konto geleert. Selber schon. Kayleys Geldautomat-Hack hat mit Bravour bestanden. Die Frau hat was drauf und ich glaube, wir können es dem Deadsex-Set hinzufügen. Markus, höre ich da irgendwas in deiner Stimme? Ja, Respekt. Da ist jemand verknallt. Sie ist nicht interessiert. Hab sie wohl mal im Suff angemacht. Ich erinnere mich. Oh, peinlich.